Rudolf Steiner Vorträge an der Arbeiterbildungsschule in Berlin WILT UND Lebensanschauungen von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart dritte die neuen Weltanschauungen Eine andere Weltanschauungsströmung, die bis in die Gegenwart heraufreicht, nimmt ihren Ausgangspunkt von Spinoza. Er ist ein Denker, der ein unbedingtes Vertrauen in die menschliche Vernunft hat. Was so erkannt werden kann, wie die mathematischen Wahrheiten, das nimmt die Vernunft als ihre Erkenntnisse an. Und die Dinge der Welt stehen in einem eben solchen notwendigen Zusammenhange, wie die Glieder einer Rechnung oder wie die mathematischen Figuren. Alles Geistige ist ebenso wie alles Körperliche von solchen notwendigen Naturgesetzen beherrscht. Es ist eine kindliche Vorstellung, zu glauben, dass eine menschenähnliche allweise Vorsehung die Dinge einrichtet. Die Verrichtungen der Lebewesen, die Handlungen des menschlichen Geistes unterliegen ebenso den Naturgesetzen, wie der Stein, der gemäß den Gesetzen der Schwere zur Erde fällt. Es ist ein Irrtum, zu glauben, dass eine schlüpferische Macht nach bestimmten Zwecken irgendwelche Wesen geschaffen habe. Man täuscht sich, wenn man zum Beispiel glaubt, ein Schöpfer erhabe dem Stier Hörner Chishiben, damit er stoßen könne. Nein, der Stier hat seine Hörner nach ebenso notwendigem Gesetzen bekommen, wie eine Billardkugel nach Gesetzen weiterrollt, wenn sie gestoßen wird. Er hat Natur notwendig, die Hörner und deshalb stößt er. Man kann auch sagen, der Stier hat nicht Hörner, damit er stoßen könne, sondern er stößt, weil er Hörner hat. Gott ist im Sinne Spinozas nichts als die allen körperlichen und geistigen Erscheinungen in wohnende natürliche Notwendigkeit. Wenn der Mensch hinaus sieht in die Welt, dann erblickt der Gott. Wenn er über die Dinge und Vorgänge nachdenkt, dann stellt sich ihm die göttliche Weltordnung dar, die aber nichts ist als die natürliche Ordnung der Dinge. Im Sinne Spinozas kann man von einem Zwiespalt zwischen Glauben und Wissen nicht sprechen. Denn es gibt nichts außer der Natur. Der Mensch gehört selbst zu dieser Natur. Wenn er also sich und die Natur betrachtet, so gibt sich ihm alles kund, wovon überhaupt gesprochen werden kann. Von dieser Weltanschauung war auch Goethe durchdrungen. Auch er suchte, was frühere Anschauungen in einer jenseitigen Welt gesucht haben, in der Natur selbst. Die Natur wurde sein Gott. Von keiner anderen göttlichen Wesenheit wollte er etwas wissen. Was wär, ein Gott, der nur von außen stieße, im Kreis das All am Finger laufen ließe? Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in sich, sich in Natur zu hegen, sodass, was in ihm lebt und webbt und ist, nie seine Kraft, nie seinen Geist vermisst. So sagt Goethe. Die Natur ist ihm Gott, und die Natur offenbart auch Gott. Es gibt keine andere Offenbarung. Und es kann neben den Wesenheiten der Natur keine anderen mehr geben, die nur durch den Glauben erreicht werden sollen. Deshalb hat Goethe mit der Kantchen Unterscheidung von Glauben und Wissen niemals etwas zu tun haben wollen. Und das alles, was der Mensch an Wahrheit wünschen kann, auch durch die Betrachtung der Natur und des Menschen selbst erreicht werden kann, das ist auch die Überzeugung der Denker, die im Beginne des 19. Jahrhunderts sich um Weltanschauungen bemühen. Das ist auch die Überzeugung der Denker, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus den Erkenntnissen der Naturwissenschaft heraus sich eine Weltanschauung erbauen wollen. Diese letzteren Denker, wie zum Beispiel Heckel, sind der Meinung, dass die Naturgesetze, die sie erforschen, nicht bloß untergeordnete Dinge sind, sondern dass sie dasjenige wahrhaft darstellen, was dem Leben einen Sinn gibt. Johann Gottlieb Fichte stellt das eigene Ich des Menschen in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Was haben frühere Weltanschauungen mit diesem Ich alles gemacht? Sie haben es aus dem Menschen herausgehoben und zum Gott gemacht. Dadurch entstand der menschenähnliche Schöpfer der Welt. Fichte lässt alle solchen Gottesvorstellungen auf sich beruhen. Er sucht das Bewusstsein da auf, wo es allein wirklich zu finden ist, in Menschen. Etwas, was man früher als Gott vererbt hat, ein solches geistiges Wesen, findet Fichte nur im Menschen. Der Mensch hat es also, wenn er das Verhältnis sucht zwischen dem Geiste und der Welt, nicht mit einem Zusammenhang von Gott und Welt zu tun, sondern nur mit einer Wechselwirkung des Geistes, der in ihm ist, mit der Natur. Dies ist der Sinn der fichtischen Weltanschauung. Und alles, was man Fichte angedichtet hat, als ob er zum Beispiel hätte behaupten wollen, der einzelne Mensch schaffe sich aus sich heraus die Natur, beruht nur auf einer ganz kurzsichtigen Auslegung seiner Gedanken. Schelling hat dann auf Fichtes Vorstellungen weitergebaut. Fichte hat nichts anderes gewollt, als den menschlichen Geist belauschen, wenn dieser sich seine Vorstellungen über die Natur bildet. Denn kein Gott gibt ihm ja diese Vorstellungen. Er bildet sich dieselben allein. Nicht wie Gott es macht, das war für Fichte die Frage, sondern wie der Mensch es macht, wenn er sich in der Welt zurechtfindet. Schelling baute darauf die Anschauung, dass wir die Welt von zwei Seiten betrachten können, von der äußeren Seite, wenn wir die körperlichen Vorgänge betrachten, und von der inneren Seite, wenn wir den Geist betrachten, der ja auch nichts anderes ist als die Natur. Kegel ging dann noch einen Schritt weiter. Er fragte sich, was ist denn das eigentlich, was uns unser Denken über die Natur offenbart? Wenn ich durch mein Denken die Gesetze der Himmelskörper erforsche, enthüllt sich in diesen Gesetzen nicht die ewige Notwendigkeit, die in der Natur herrscht. Was geben mir also alle meine Begriffe und Ideen? Doch nichts anderes, als was draußen in der Natur selbst ist. In mir sind dieselben Wesenheiten als Begriffe, als Ideen vorhanden, die in der Welt als ewige, eherne Gesetze alles Dasein beherrschen. Sehe ich in mich, so nehme ich Begriffe und Ideen wahr? Sehe ich außer mich, so sind diese Begriffe und Ideen Naturgesetze. Im einzelnen Menschen spiegelt sich als Gedanke, was die ganze Welt als Gesetz beherrscht. Man missversteht Hegel, wenn man behauptet, er hätte die ganze Welt aus der Idee, aus dem menschlichen Kopfe, herausspinnen wollen. Es wird einst als eine ewige Schande der deutschen Philosophie angerechnet werden müssen, dass sie Hegel so missverstanden hat. Wer Hegel versteht, dem fällt es gar nicht ein, irgendetwas aus der Idee herausspinnen zu wollen. Wirklich verstanden, im fruchtbaren Sinne des Wortes, hat Marx Hegel. Deshalb hat Marx die Gesetze der ökonomischen Entwicklung gesucht da, wo sie allein zu finden sind. Wo sind die Gesetze zu finden? Auf diese Frage antwortete Hegel, dort, wo die Tatsachen sind, sind auch die Gesetze. Es gibt sonst nirgends eine Idee, als wo die Tatsachen sind, die man durch diese Idee begreifen will. Wer die Tatsachen des wirklichen Lebens erforscht, der denkt hegelisch. Denn Hegel war der Ansicht, dass nicht abstrakte Gedanken, sondern die Dinge selbst zu ihren Wesenheiten führen. Ebenso verfährt die neuere Naturwissenschaft im Geister Hegels. Diese neue Naturwissenschaft, deren großer Begründer Charles Darwin durch sein Werk Die Entstehung der Arten, 1859, geworden ist, sucht die Naturgesetze im Reiche der Lebewesen ebenso auf, wie man dies auch in der leblosen Natur tut. Ernst Hegel fasst das Glaubensbekenntnis dieser Naturwissenschaft in die Worte zusammen. Der Magnet, der Eisenspäne anzieht, das Pulver, das explodiert, der Wasserdampf, der die Lokomotive treibt. Sie wirken ebenso durch lebendige Kraft, wie der Mensch, der denkt. Diese Naturwissenschaft ist davon überzeugt, dass sie mit den Gesetzen, welche die Vernunft aus den Dingen herausholt, zugleich das Wesen dieser Dinge enthüllt. Für einen Glauben, der erst dem Leben seinen Sinn geben soll, bleibt da nichts mehr übrig. In den 50er Jahren haben mutige Köpfe, wie Karl Vogt, Jakob Moleschott und Ludwig Büchner, die Anschauung wieder zur Geltung zu bringen versucht, dass in den Dingen dieser Welt sich auch deren Wesen durch die Erkenntnis ganz und restlos enthüllt. Es ist heute Mode geworden, über diese Männer wie über die borniertesten Köpfe herzufallen und von ihnen zu sagen, dass sie die eigentlichen Rätsel der Welt gar nicht gesehen hätten. Das tun nur Menschen, die selbst keine Ahnung davon haben, welche Fragen man überhaupt aufwerfen kann. Was wollten diese Männer anderes, als die Natur erforschen, um aus der Natur selbst durch Erkenntnis den Sinn des Lebens zu gewinnen? Tiefere Geister werden der Natur gewiss noch tiefere Wahrheiten ablauschen können als Fugt und Büchner. Aber auch diese tieferen Geister werden es auf denselben Erkenntnis wegen tun müssen wie sie. Denn man sagt immer, ihr müsst den Geist suchen, nicht den Rohstoff. Wohl an, die Antwort kann nur mit Goethe gegeben werden, der Geist ist in der Natur. Was jeder Gott außer der Natur ist, darauf hat Ludwig Feuerbach die Antwort gegeben, indem er zeigte, wie eine solche Gottesvorstellung von dem Menschen, nach dessen Bilde, geschaffen ist. Gott ist das offenbare Innere, das ausgesprochene Selbst des Menschen, die Religion ist die feierliche Enthüllung der verborgenen Schätze des Menschen, das Eingeständnis seiner innersten Gedanken, das öffentliche Bekenntnis seiner Liebesgeheimnisse. Was der Mensch in sich selbst hat, das setzt er in die Welt hinaus und verehrt es als Gott. So macht der Mensch es auch mit der sieblichen Weltordnung. Diese kann nur er selbst, aus sich in Zusammenhang mit seinesgleichen, schaffen. Er stellt sich aber dann vor, sie sei von einem anderen, höheren Wesen über ihn gesetzt. In radikaler Weise ist Max Stirner solchen Wesenheit hinzuleibe gegangen, die der Mensch sich selbst schafft und dann wie höhere Gewalten, als Spuk oder Gespenst, über sich setzt. Stirner fordert die Befreiung des Menschen von solchen Gespenstern. Der Weg, der von ihnen befreit, wurde einzig und allein von den auf naturwissenschaftlicher Grundlage aufgebauten Weltanschauungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts betreten. Andere Weltanschauungen, wie zum Beispiel die Arthur Schopenhauers und Eduard der Fünfte. Hartmanns sind wieder nur Rückfälle in veraltete Vorstellungen. Schopenhauer hat statt des ganzen menschlichen Ich nur einen Teil, den Willen, zum göttlichen Wesen gemacht. Und Hartmann hat mit dem Ich dasselbe gemacht, nachdem er zuerst das Bewusstsein aus diesem Ich hinaus befördert hat. Dadurch ist er zum Unbewussten als Urgrund der Welt gekommen. Es ist begreiflich, dass diese bei den Denker, von solchen Voraussetzungen aus, zur Überzeugung kommen mussten, dass die Welt die denkbar schlechteste sei. Denn sie haben das Ich zum Urgründe der Welt gemacht, nachdem sie aus demselben die Vernunft entweder ganz oder teilweise hinaus befördert haben. Die früheren Denker dieses Charakters haben das Ich zuerst idealisiert, das heißt mit noch mehr V-Ernunft ausgestaltet, als es im Menschen hat. Dadurch wurde die Welt zu einer Einrichtung von unendlicher Weisheit. Die wahrhaft moderne Weltanschauung kann nichts mehr von alten religiösen Vorstellungen in sich aufnehmen. Ihre Grundlage hat schon Schiller ausgesprochen, als er Goethes Naturanschauung in seinem Briefe an diesen kennzeichnete. Von der einfachen Organisation steigen sie, Schritt vor Schritt, zu der mehr Verwickelten hinauf, um endlich die Verwickelte von allen, den Menschen, naturgemäß aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen. Wenn der Mensch sein Dasein aus etwas hervorgehen lassen will, so kann er es nur aus der Natur selbst hervorgehen lassen. Der Mensch ist aus der Natur nach ewigen, ehrenen Gesetzen gebildet. Aber er ist noch in keiner Weise, weder als Gott noch als anderes Geistwesen, in der Natur schon gelegen. Alle Vorstellungen, welche sich die Natur beseelt oder vergeistigt vorstellen, zum Beispiel Paulsens U. A. Sind Rückfälle in alte theologische Ideen. Der Geist ist entstanden, nicht aus der Natur heraus entwickelt. Dies muss erst begriffen sein, dann kann das Denken sich über diesen innerhalb der Naturordnung entstandenen Geist eine Anschauung bilden. Eine solche Weltanschauung kann erst von einer wirklichen Freiheit sprechen. Das habe ich in meiner »Philosophie der Freiheit« und in meinem Buche »Welt und Lebensanschauungen« im 19. Jahrhundert eingehend gezeigt. Ein Geist, der aus einem anderen Geiste heraus entwickelt wäre, müsste von dem Letzteren, von dem Gottes- oder Weltgeiste, auch seine sittlichen Ziele und Zwecke erhalten? Ein Geist, der aus der Natur entstanden ist, setzt sich Zweck und Ziel seines Daseins selbst, gibt sich selbst seine Bestimmung. Eine wahre Freiheitsphilosophie kann nicht mehr mit Adolf Harnack davon sprechen, dass das Wissen dem Leben keinen Sinn zu geben vermag. Sie zeigt vielmehr, dass der Mensch durch Naturnotwendigkeit entstanden ist, dass er allerdings keinen vorher bestimmten Sinn mitbekommen hat, dass es aber an ihm selbst liegt, sich einen Sinn zu geben. Die alten Weltanschauungen stehen mit den alten ökonomischen Ordnungen gehen, aber sie werden auch mit diesen fallen. Der ökonomisch befreite Mensch wird auch als Wissender und Sittlicher ein Freier sein. Und wenn die ökonomische Ordnung allen Menschen ein menschenwürdiges Dasein bringen wird, dann werden sie auch eine Weltanschauung zu der ihrigen machen, die den Geist ganz befreit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017